jo freunde was geht denn heute mal zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ja heute gibt es mal wieder ein video mit meinem bruder hallo und heute gibt es mal roblox ja roblox murder mystery und bis das jetzt hier endlich mal geladen ist ja ich bin von hier gleich okay wir sind hier schon mal ja simon bist du schon hier okay wir sehen uns dann eigentlich da bist du er heißt stefan zwei hose in roblox habe ich extra so genannt damit ihr ihn auch eine freundschaft zur frage schicken könnt ja dann sehen wir eigentlich wenn die runde beginnt okay die runde beginnt gerade und ich bin in account okay wir sind unschuldig simon bist du mörder wo bist du ich bin ich bin gerade auf so einen komischen art keine ahnung was es ist ja ich bin in so einem komischen becken geil okay als allererstes müssen ja okay als allererstes müssen wir mal da ist eine münze münzen sammeln und ich glaube ich habe dann hast du schon im mörder gesehen okay ich bin kein mörder da das wir eine münze und ich heiße in roblox lalkopter sieht man hier sogar da oben also wenn ihr mir eine freundschaftsfrage schicken wollt mit mir spielen wollt dann ja genau warte ich komme ich komme zu dir warte ja simon ich sehe dich hier bin ich da ja also doch ich bin simon du bist gerade hinter mir vorbei da der wo gerade an der festklemmt hier sind wir kommen hast du wie viele münzen hast du okay hier sind doch hier ist noch eine warte die kann warte die kannst du die kannst du haben okay dann gehen wir mal hier haben wir suchen jetzt mal nach geheimen gegen ist hier irgendwo einer da ist noch eine münze bist du wirklich kein mörder okay hier ist ein aufzug kann man hochfahren hier kann man nicht hochfahren schade wo bist du da hast du den mörder gesehen und für die die wo nicht wissen wie mörder mystery funktioniert also da geht es darum mal es gibt unschuldige es gibt einen mörder der mörder der muss die spieler killen der hat als einziger ein schwert und dann gibt es noch den sheriff die können die mörder killen und ich bin gerade einfach nur unschuldig also ich muss einfach vorm mörder weglaufen ich sehe dich ja okay warte wo meinst du wer könnte der mörder sein oder kann man nicht bin kein mörder da war das eine münze ja wenn die mal wenn ihr wieder lust habt dass ich und mein bruder wieder ein bisschen also roblox spielen also ich habe schon mal roblox gespielt aber das ist nicht so gut angekommen bei euch deswegen wollte ich mal noch eine folge so halt machen nur als 14 gold und wir haben auch die 40 abonnenten geknackt und ich glaube wir haben jetzt sogar schon 41 das ist mega cool aller bist du ich habe mir gehört ich habe mir gehört weg da und wir haben gewonnen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten runde okay und die nächste hat begonnen und was sind wir ich glaube ich glaube ich war noch nie mörder wenn ich so ehrlich bin es startet ich habe schon wieder ich habe das schwert gehört könnte direkt hinter uns sein normalerweise wir könnten uns aber auch verstecken ja ich bin tot oh mein gott ich bin ja okay das war hast du gewonnen okay das war jetzt nicht gerade die beste runde also wir sehen uns dann in der nächsten runde okay wir sind jetzt in der nächsten runde und wir sind schärf wir sind schärf ich bin im wir müssen jetzt den mörder killen okay hast du okay wir haben jetzt hier so den revolver wir müssen jetzt die mörder wir müssen jetzt den mörder finden simon das bist du da ja ich kann dich töten ich habe eine waffe aber mache ich nicht okay wenn du irgendeinen mörder siehst ich kann ihn abknallen okay also bleib immer hinter mir ich habe eine waffe eigentlich ein revolver ich habe 10 ich habe 10 ich habe 11 also wo meinst du wo sich der mörder verstecken könnte wo kann man die waffe rein einkommen es kann keine waffe in der hand nehmen nein nein du bist du kannst keine waffe haben ja aber es hat 15 gold nein das geht nicht da dreht nun was nein hier kann ich reingehen hier kann man hier kann man reingehen und hier ich bin krass wo bin ich dann ich bin in irgendeinem ich habe Angst bei mir sind so komische Leute es lackert bei mir sind komische ich suche gerade einfach nur nach einem mörder und hier ist auch ein komischer ich habe eine waffe echte was ich habe 3 3 3 3 3 gut ich habe 24 25 ok keine ahnung und hier und hier und hier und hier gegner sind aber ich nehme mal an ich habe ihn gewonnen ich habe ihn oder nein ich habe ihn nicht ich sehe nicht du hützt gerade ok das war es auch mit diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Like da unten ein Abo und dann sage ich einfach mal wieder tschau 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 tschau